In der Weihnachtsbäckerei In der Weihnachtsbäckerei Haben Sie fest drauf gedrückt? Das sieht gut aus. Kriegen wir nur? Ja. Das ist daneben, nicht? Ja. Frau Sturm, was haben Sie gebacken? Neujahrskuchen. Ich habe schon einen Stollen gemacht. Ein Stollen, nicht? Ich habe jedes Jahr ein paar lecker Stollen gemacht. Ja, das ist auch lecker. Und das ist nicht so schwer wie die Klaben. Ja, das stimmt. Also Klaben ist nicht so schwer. Von Schier Butter. Von Schierer Butter, wow. Das sind teure Plätzchen da. Ja, aber die schmeckten. Bis Ostern aufheben, die waren immer noch lecker. Ja. Da machen wir dann ein Loch rein, dann können wir den auch aufhängen. Oh, prima. Wenn er nicht gleich genascht wird. Und? Lecker. Ja, das ist wunderbar. Ja. 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 rinne Untertitelung des ZDF, 2020